Da sind wir wieder. Auf gehts zu einer weiteren kleinen Runde mit dem Trick an der Hand. Mal gucken, ob jetzt die Angaben nicht so hängen. Ich weiß nicht, ob ich die Hand habe. Ich weiß nicht, ob ich die Hand habe. Ich will eine Erde. Nein. besser 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 schauen wir mal ob das dann auch direkt hochladbar ist was da ausfällt ach so das muss ich ja noch mal packen tiii 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 nun machen wir jetzt ein bisschen ab zurück muss ja auch mal wieder sein drei davon und eine davon wird doch wieder wird doch wieder das hier mal ein bisschen sortieren jede menge setzlinge rüber zur baumfarmen ich löste das lager hier auf und bombe wirklich noch eins hätte ich doch jetzt also hier so hätte ich doch jetzt platz für ein riesiges lager und erstmal kann ich mir noch mal ein bisschen stein ich höre immer noch hurry drum mit dem album Es ist besser zu füllen, als zu füllen. Jetzt habe ich mir noch etwas einfallen lassen, ob ich hier nicht vielleicht so ein Auto einbauen kann. Eigentlich müsste das doch fast funktionieren. Jetzt hier oben. Einstürzen lässt die Fluten. Na ja. Lutsch später. Lass mal hier hinten überlegen, was wir hier machen. So, ja. Eine Tür wäre schön. Jetzt bauen wir uns erstmal eine Tür. Das sind sechs, sind zwei. Sechse. Und... Das ist eine Druckplatte. Hier ist auch kein Schalter. Ich war an der Schalter. Ah, so. Der Druckknopf. Das... Dies passt doch. ... 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 Dann können wir das hier jetzt gleich mal wieder finalisieren. Zack, zack, zack. Jo. Ganz gut, warte. So, so. Mit dem Dreierabstand. Drei, drei. Drei, drei, drei. Sehr gut. Ich würde mal sagen, dann ist hier unser Lager. Dann bauen wir hier unser neues Hauptlager. Ab hier. So. Ich muss gleich noch Stone Slabs und so weiter erzeugen. Ich sollte mir vielleicht ein Crafting Tegel hierher holen. Das wäre echt sinnvoll. So. Zwei, genau. Hm. Hm. Ja. Zum Glück ist die Hacke vielleicht kaputt, danach gibt es Eisenwerkzeuge, die gehen schneller. Ja, aber sowas von. So, Crafting Table ist eigentlich dabei, muss ich holen. Können wir auch mal einen Apfel essen, sowieso da nach hinten latschen. So, unten... Crafting Table ist ja hier unten auch in der Gäste. Hier ist ein Ofen. Hier muss der Hucco drin sein. Sollte. Sollte, dem ist aber nicht so. So, dann ist das jetzt hier drin. Ne. Reicht gar keinen mehr. Reicht die alle schon wieder verbaut. Na gut, dann machen wir uns neun. Ja, sonst nix. Können wir uns ja sonst nix. So. Ja. Das hat nur die Frage, was für ein Slap hier besser wäre. Hm. Ist das eher so ein Stone Slap? Oder ist das eher ein Cobblestone Slap? Oder eher Cobblestone. Ich glaub ja eher Cobblestone. Ja. So passt das erstmal glaub ich. Ja. Na ja. Na ja. Es passt. Sieht ganz gut aus. Oh. Ja. Oh, oh. Ja. Großes Kohle-Feld. Reg acadetul erstmal abbauen. Hier nochmal. Er geht hier erstmal mit. dort füllen. Schwert brauchen wir aller Voraussicht nach, das war nicht. Ergo legen wir Spice-Sote. So, jetzt werden wir jetzt ja schon eins runter, vielleicht sogar zwei. Okay, da haben wir eine 5er Höhe, müsste immer noch reichen von der Fläche her. Können wir ja gleich nochmal. 2er Streifen komplett immer fertig. Geht auch voll ab hier. So, das Rest hier, hier. Ja, es kommt hin. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ist super, aber es heißt 3 Reihen mit Kisten. Ja, das ist cool. Bei der Höhe von 5 reicht das ja. Eine ganze Weile. Ein bisschen Glowstone dafür wäre auch noch nicht verkehrt. So, gleich nochmal in die Hölle laufen. Ein bisschen Glowstone-Farben. Und überall wo jetzt kein Clearstone auftaucht, müssen wir dann auch gleich noch Beelstone sitzen. So, jetzt müssen wir die Höhe von der 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 Höhe. Hochkonzentriert geht es von statt. Während wir die Erde herum graben. muss hier auf jeden fall getauscht werden dass das der boden hier raus muss hier mal ein bisschen licht wieder machen rechnen wir dann gleich aus das hätte eigentlich bleiben können aber ich sag gleich richtig ich würde mal sagen wir brauchen neun jetzt kommt es we Na ja, dann Holz, würde ich sagen. Dann machen wir es hier etwas holziger, das Lager, das neue Hauptlager. Der Herrschwab wird jetzt neben diesem Lager keine anderen haben. So, kann ich nochmal erzählen, ob ich mich da nicht verzählt habe mit den Reihen, die ich zur Verfügung habe, könnte nämlich schon wieder Knopf werden. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich glaube, es ist nicht ziemlich normal. Ich glaube, es ist nicht ziemlich normal. Ich glaube, es ist nicht normal. Ja. Naja, passt erstmal mit der Beleuchtung. Alles geht natürlich besser, also ich wollte ja nochmal. So, aber das Ding ist gleich Fritte. In der Hoffnung, dass wir dann in Haus 2 die Fritte sind, ein neues kriegen. So, das geht ja auch, ne? Wäre der Faktor irgendwie ein besserer, wenn man das so machen würde. Langsame Schichtbüste hier unten. Langsame Schichtbüste hier unten. So. Ach, siehste, ich habe mein Getränk noch gar nicht geöffnet. Wie scheiße ist das denn? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder jede Menge Pflastersteiner, Cuddleston. Das ist auf jeden Fall warm. So. Und es ist düster. Es ward düster. Oh, cool, das passt. Also, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, nee, 3. So. Ja, passt. Einmal, zweimal. So. Wie viele sind es jetzt? Sind es doch neun? Und ich habe mich nicht verzählt. Schön. Scheiße. Ich habe mich da verbracht. Wie geht denn das dann am blödesten? Das heißt, hier und da. Genau. Ja. Okay. Das geht so. Und natürlich nicht weiter. Eine Kiste. Zwei Kisten. Drei Kisten. Ja. Wo kann ich das? Mhm. Alles klar. Fackeln stehen. Stellvertretend für Kisten. So. Holen wir uns mal ein Holz. Ja. Schön mal aus hellem Holz. Und dunklem Holz. Helle Treppen sind da jetzt auch drin. Und zwar das wäre das, was wir nicht mehr brauchen können. Ach, hier liegen die Slips. Was ist das? Steine. Steine kommen weiter mit. Und. Ehe nur. Ehe nur noch. Ach. Ach. Die zwei Kisten. Und die noch mehr herfen. Ne. Nein, nicht die 14. Die zwei. Die vierzehn. Die kommen hier in die Kiste. Und die kommen dazu. Ja. 32 sollen uns reichen. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, Nein, was soll es? Von hier bis da drüben. Das heisst da an der Seite kriege ich das, dann müssen wir das so, so, ja ganz toll. So, so, so. Das ist jetzt nicht die Frage, ob ich das hier zwischen so mache. Ja, naja alles gut. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Nee, reicht nicht. Nee, reicht nicht. So, ja, aber ist das da vorne wirklich weg? Okay, da muss ich noch eben drauf und dafür brauche ich doch wieder Dirt. Das ist hier einfach mal weg. Also, um einer nach oben Platz zu erreichen. So, das ist klar, also wenn nicht einer steht, steht da noch einer. Ja, das reicht. Ja, danke. Okay, okay. Wow. So, sieht das nicht so cool aus. Ja, tut das. Holz. So, und dann kann man nämlich hier das unterbrechen. drivers... Zwei... Zwei.. Damit passt das hier fast. Wenn ich das jetzt hier so mache, und so quasi so mache, und so. An der Seite habe ich es noch nicht so weit. Ja, gut. Timbermonds. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. So ist das ganz okay. Jetzt noch das wegmachen. Stattdessen das machen und das machen. Ja. Ist ganz okay. Ja, und hier müsste man sich dann neu überlegen, wie das gehen soll. So. So. Zwischen. Zuck, 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 zuck. Zuck, zuck. Zuck, 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 zuck. So. Einmal, zweimal. Dreimal. Zuck, zuck, zuck. Was wir ja hier noch machen. Entsprechend. Zuck, zuck, zuck. Und da geht es irgendwie aus der Panzer raus mit so einem Anstieg. Ja. 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 So. Ja, ja, so ist gut. Und dann wird das hier noch hier oben. Lass ich das hier noch mal machen. So, ein Platz zum Laufen. Und hier geht das Ganze wieder los. Hab ich noch das war ja helles Holz. Davon hab ich noch jede Menge. Naja, vielleicht auf jeden Fall. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. So. Drei, vier. Fünf. Fünf, sechs. Ja. 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 Zuck, 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 oh, da bin ich. Vergiss mal wieder dieses Timber-Ding, naja, was sonst, das hier ist ja auch auf jeden Fall so, das haben wir ja auch schon beschlossen, so, das ist so, 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 genau, und hier wissen wir noch nicht so ganz, wie das wird, äh, so, auf jeden Fall eng, hm, da wird man hier unten, dann laufen, wenn ich von wie warm kommt, könnte man das jetzt so, 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 wenn ich so leite, ist gut, ja, ist gut, sehr eng, ja, wirklich. Hier braucht man das ja nicht so, aber wir machen das mal trotzdem. Oh, 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 oh. Da ist es auch bei den schon. Genau, und hier muss ich noch bei den. Hier fehlt ja auch noch der Rest. Null droppt. Mann, das funktioniert ja besser als erwartet. So, zack, zack, zack. So. Ja, ja. Toll. Oh. Geht zu runter. Zack. I, 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 v, 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 v. das ist da unten ja eigentlich nur damit wir da nicht reinlaufen das sieht auch ganz gut aus abschlavenzeln und neue treppen bringt der treppenmann 1 2 3 4 1 2 3 4 ah 5 ja einmal noch zack 68 neue treppen zweimal einmal zweimal ah toll geh weg ja ist eng ist definitiv eng die schichte hier so auf die Fenster auch noch ah toll na super wie sehr schön, so, da kommen auf jeden Fall Fackel inzwischen, können wir die hier wegmachen, so sieht doch ganz vernünftig aus, genau. Das kommt da noch dran, acht davon, ja, und das wird dann rausgeführt, kommt dann gleich noch, da oben habe ich ja schon angefangen, genau, und auf jeden Fall noch eine Fackel grün jeweils, da auch, da oben nicht, aber da, und da, nee, das geht nicht, da, da, genau, ach so, da habe ich das an allen, na gut, hier geht das ja, in der Mitte geht es bloß nicht, oh, nee, 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 das ist okay, ach, ich muss hier auch noch, machen wir hier mal die vorbereiten, arbeiten dafür, so, einmal ins Löschli, zwei ins Löschli, ja, zwei ins Löschli, und ja, diese Idee, der Grundaufbau ist gänzlich geklaut, aber der weiterführende Plan ist ganz meiner, und außerdem ist es etwas enger gebaut, als im abgekupferten Original, ja, doch, 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 das ist richtig so, das ist so, das ist so, genau, und hier ist es weg, schön hier, ein bisschen nach vorne zum Fenster, so, Kisten brauche ich dann auch noch für mein neues Lager, einmal zweimal, einmal zweimal, einmal zweimal, Oh, hallo, Autsch, ach, ich wollte es ja eh noch hier auffinden mit Dörter, das sehe ich dann wohl auch, ich wollte nicht meine Idee nix, ich bringe mich hier fast um, und wieder nur, weil mir keiner gesagt hat, dass ich was essen muss, Oh, ich sehe gerade, das ist auch das letzte Liedchen vor meiner Playlist, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal Pause, und wir hören uns dann ein andermal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Let's Play, ein planloser Minecraft Let's Play, um genau zu sein, so, so, das war nett hier, so, und noch einmal, knack, so, na, 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 so ganz so gut, das ist halt hier nicht so doller, zwei Sachen hier, so viel Dirt noch, über, super, so, weg, hin, also, ja, das passt, da, da, Fensterhöhe, Ja, das ist auch scheiße. Da muss ich die Fenster noch mal neu machen. Aber was ist denn jetzt? So, jetzt muss ich sowieso mal rausfinden, ob das überhaupt geht. Vielleicht die jetzt hier. Ne, die haben die andere. Das gibt es dann erst mit dem nächsten. So, halt. Jetzt sind wir die gleiche Farbe, also es ist auch egal. Jo. Die, wie die Treppe. Ergo, machen wir das anders. Dann reißen wir das hier noch mal weg. Dann ist das hier einfarbig, würde ich mal sagen. Zack. Zack. Genau. Ja. Jo, 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 jo. Das sieht gut aus. Also, relativ gesehen. Und so. Ich weiß nicht, eigentlich muss ich die ganze Glasfront hier mal machen. Naja, machen wir dann. Beim nächsten Mal. Da können wir hier nochmal die Erne rauszeigen. Was kann ich diesmal noch machen? weiter können wir jetzt eine Zwischenebene vorne einziehen. Dann wird das hier der Eingang hier werden, als der da unten, den ich mir provisorisch hingebaut habe. an unsere Mega-Storch. Was ist denn so mega überhaupt? 6, 6, 24 Kisten vorne sind 6, 6, 12. Oh, das ist doppelt so groß. Ich glaube, ich baue das komplett nochmal neu. Das ist hier so dicht beieinander. Das gefällt mir auch nicht. Naja, dann beim nächsten Mal. Die Musik ist aus und wir machen eine Pause. Äh, bis dann. Bye, bye. Bye. pronoun Hier die Musik hier, ich